Es wird ein historischer Tag heute in Augsburg, unter anderem für diese beiden Herren. Daniel Bayer und Marcel Schäfer sind beste Freunde und spielen heute zum ersten Mal in einem Pflichtspiel gegeneinander. Sie waren mal zusammen in Wolfsburg, während Schäfer aber ein Liebling von Felix Magath wurde, wurde Bayer von Magath aussortiert. Es ist ja nicht nur so, dass wir Freunde sind, sondern schon fast beste Freunde und dann ist das, denke ich, normal. Es ist etwas Besonderes, wir haben immer bis jetzt zusammengespielt und ich wünsche ihm trotzdem weiterhin alles Gute und hoffe, dass sie die nächsten Spiele wieder gewinnen.